Ein Märchen, das immer seinen Reiz ausübt, steht auf dem Programm der Volksbühne. Der einzig und echte gestiefelte Kater der Welt. Es geht um reich und arm, es geht um Liebe und Verliebtsein, es geht um Könige und Klugheit. Nehmt mich mit, ihr werdet mich noch brauchen. Nein, nein, nein. Aber auch um Zauber und Verwandlung. Die Zauberin auf dem Schloss verzaubert im Handumdrehen. Zur Strafe werde ich euch die Znappe-Gäse verwandeln. Aber zu guter Letzt. Und nun werde ich das machen, was Kater mit Mäusen machen. Kinder, ich hab's. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann passt schön weiter auf. Aufpassen ja, aber dann im Theater, wenn der gestiefelte Kater über die Bühne stiefelt. Wenn ihr euch das machen, wie es weitergeht, dann passt schon auf. Und dann werde ich euch die Znappe-Gäse verwandeln. Untertitelung des ZDF, 2020